Heißt, schnelle Autos sind nicht sowas für dich? Ne, also, auch da so ja und nein. Also, ich bin so gar nicht in diesem Autogame drin, ne? Also, also, ich fahre gerne schöne Autos und ich finde Autos auch sehr schön, optisch. Aber es ist mir scheißegal, was da für ein Motor drin ist, wie der Vergaser funktioniert, wie die Luftströme sind, welches Fahrwerk da drin ist. So, bei Autos finde ich so, finde ich nice oder finde ich nicht nice. So, also, tatsächlich, immer wieder, wenn mich Leute fragen, jo, was hast du für ein Auto, sage ich das und das. Und dann so, ja, wie viel PS hat der? Und ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie viel PS mein Auto hat. Weiß mich, es juckt mich nicht. Ich weiß es nicht. Kein Schimmer. Und dann so, ja, voll krass. Und ich habe dann gesehen, dass, weißt du, wenn ich dann Leuten erzähle, was ich für ein Auto habe, dann wissen die immer schon mehr über mein Auto als ich. Für mich zählen beim Auto folgende Dinge. Ich muss gut Musik hören können. Ich muss gut Musik hören können. Das ist wichtig. Also, Musik ist das Wichtigste im Auto. Mein Handy muss sich schnell verbinden und die Soundanlage muss akzeptabel bis gut sein. Das ist, das ist das Aller, Allerwichtigste. So, dann, finde ich, müssen die Sitze gemütlich sein. So, ich will so, wenn ich 5, 6, 7 Stunden im Auto sitze und irgendwie nach Köln fahre oder nach Berlin fahre, will ich nicht nach 3 Stunden Rückenschmerzen bekommen. Also, ich brauche gute Musik, gute Sitze. So, dann, ein bisschen Power brauche ich unter der Haube, dass ich auf der Landstraße einfach Schleicher entspannt überholen kann. Also, wenn ich so aufs Gaspedal drücke, soll er so ein bisschen Schwung geben. Aber wie viel ist mir egal. So, Hauptsache, ich kann Überholmanöver machen, sollte es drauf ankommen. Und, ich finde, er sollte halt auch einigermaßen schick aussehen. So, also, das muss jetzt nicht, der muss jetzt nicht krass poliert sein oder so, aber ich finde, es muss, es darf jetzt nicht einfach wie eine Rostlaube aussehen. So, er muss irgendwie, es muss irgendwie akzeptabel aussehen. Und dann bin ich glücklich. Das reicht mir. Nee, das sind so, also, so bei Outdoor, einfach so, finde ich schön, finde ich nicht schön. Hahaha. Hahaha.